Herr Lukas Köhler, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte gerne Frau Merkel zum Klimaschutzpaket zitieren. Politik ist das, was möglich ist. Wenn das, was für die Bundesregierung möglich ist, in diesem Klimapakett steht, dann ist die Bundesregierung in einer größeren Krise, als ich gedacht hätte. Sie haben ein Paket vorgelegt, von dem jeder Wissenschaftler und jeder Verband sagt, dass das zum Klimaschutz nichts beitragen wird. Und Herr Miersch, ein Preis ist dann unsozial, wenn er nichts bringt, aber nur die Leute belastet. Das kann doch nicht das Ziel Ihrer Klimapolitik sein. Aber ein bisschen Bewunderung muss man für die Bundesregierung schon aufbringen. Sie haben es geschafft, den Wettstreit zwischen CO2-Steuer und Emissionshandel miteinander zu verbinden. Und zwar, indem Sie das Schlechteste aus beiden Systemen miteinander zu einem unwirksamen System geschmiedet haben. Das ist wahrlich beeindruckend. Auf der einen Seite lassen Sie das Element des CO2-Limits weg, das Element also, mit dem Sie Ihre Ziele genau erreicht hätten. Das ist raus. Sie haben keinen Deckel. Und auf der anderen Seite setzen Sie dann einen Preis, der so niedrig ist, dass dabei nichts rumkommt. Das heißt, es ist völlig unwirksam. Und das Schlimmste kommt noch, so wie es aussieht, ist es auch noch verfassungswidrig. Das ist wahrlich beeindruckend. Dass Sie, Herr Mürsch, und die SPD dieses Paket feiern, das kann ich verstehen. Sie haben sich bei der CO2-Steuer durchgesetzt und Sie haben das Klimaschutzgesetz reingeschrieben. Aber dass Sie, liebe Union, am Anfang sagen, Sie wollen keine Steuererhöhung, dann eine CO2-Steuer will schließen und dann auch noch den Weg in die Klimaplanwirtschaft wählen. Und das sind nicht meine Worte, lieber Herr Mürschlein, das sind Ihre Worte zum Klimaschutzgesetz. Dass Sie also dann ein Gesetz beschließen lassen, in dem es darum geht, das BMU zu einem Superministerium zu machen, das darüber wacht, dass der Rest der Bundesregierung seine Ziele einhält und, wenn das nicht passiert, mit Sofortmaßnahmen den Leuten vor den Kopf stößt. Und Sofortmaßnahmen, meine Damen und Herren, sind im Verkehr Fahrverbote. Das ist das Einzige, wie Sie in einem halben Jahr signifikant CO2 reduzieren können. Das kann doch nicht das Ziel der Union sein. Wirklich. Ich bin wirklich schockiert. Immerhin, irgendwann in ferner Zukunft wollen Sie dann ein System, wie auch immer Sie das jetzt dann wirklich machen wollen, wenn es verfassungswidrig ist, in den europäischen Emissionshandel integrieren. Warum in ferner Zukunft? Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen vorgelegt, wie das innerhalb eines halben Jahres funktioniert. Und damit hätten Sie die Ziele erreicht. Damit würden Sie Paris einhalten. Wir haben Paris als Ziel vorgegeben. Lassen Sie uns doch heute die Emissionen festlegen und dann den Senkungspfad ganz klar beschreiben. Dann haben wir das erreicht, was wir erreichen wollen. Und das funktioniert. Das funktioniert. Das sagt Ihnen jeder Experte, jeder Wissenschaftler. Das wäre das Richtige gewesen, um ein wirkliches Paket zu schnüren, das auch Paris einhält. Meine Damen und Herren, wir beteiligen uns aber gerne am Klimakonsens. Und da kann die Sternstunde des Parlaments ja noch kommen. In diesem Klimakonsens kann es ja noch passieren, dass Sie zur Vernunft kommen und zumindest dieses Instrument des Marktes sinnvoll formulieren. Denn Marktpreise, meine Damen und Herren, sind die unbestechlichsten Instrumente, die es gibt. Niemand kann mit dem Markt verhandeln. Aber Steuern können Sie rauf und runter setzen, wie Sie wollen. Und das kann nicht das Ziel einer Klimapolitik sein. Wir müssen Paris einhalten. Das machen wir gerne im Konsens, gerne zusammen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Andreas.